Hallo meine lieben Digi-Ritter, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Digimon Adventure PSP. Wie ihr seht, ich bin jetzt nicht im normalen Spiel drin, sondern ich habe jetzt erstmal das sogenannte Cheat-Menü offen. Aber hört kurz zu, ich habe nicht irgendwelche von diesen ganzen OP-Cheats aktiviert. Ich habe bisher nur Full Digimon Enzyklopädie und den XP-Multiplayer mal 8 aktiviert. Einfach nur deswegen, weil, normalerweise ist es ja so, dass man um effektiv zu leveln, muss man zusätzlich zum normalen Spiel noch im Digital Dungeon grinden. Und da ich aber in dem Emulator nicht die Möglichkeit habe, das Spiel zu speichern und dann ins Hauptmenü zurückzukehren, um von dort in Digital Dungeon reinzukommen, bin ich eben dazu gezwungen, den XP-Multiplayer sozusagen hinzuzufügen. Einfach deswegen, damit ich die Level dann ausgleichen kann, dadurch, dass ich ein bisschen besser die XP farme. Ich habe jetzt nur den mal 8 aktiviert, weil ich habe schon ausprobiert, der mal 16 und mal 32 sind einfach zu OP. Da fliegen die Level wirklich zu hart. Also, da brauchst du, da reicht ein Gegner schon, um dir 5 Level oder so zu geben. Das ist ein bisschen zu OP, deswegen nur den mal 8er. Und ja, deswegen ist das aktiviert. Und deswegen gehen wir jetzt zurück und gehen ins normale Spiel rein. Ich habe es inzwischen geschafft, Puppetmon zu erledigen und ich habe direkt nach dem Kampf abgespeichert. Und deswegen, da machen wir jetzt weiter. Hier, in dem Bildschirm bin ich jetzt gerade drin. Biomon Level 33. Und wir erhalten ein Item. Terra Heal. Heal Full HP vor ein Member. Also, im Grunde, wenn man es benutzt, erfüllt es die HP von einem Partner, also einem Mitstreiter, vollkommen auf. Sehr gutes Item. Er ist abgehauen. Tja, aber so kennt man ihn. Ach, das Redvegimon will mit ihm mitkommen. Aber wir wissen ja, was mit dem passieren wird. Nämlich das. Und Matt ist wieder da. Und Matt ist wieder da. Und das ist das Ende vom Puppetmon. Jetzt kommen die anderen noch dazu. Und Matt verschwindet ohne Worte. So, aber das war es jetzt von dem Kapitel. Und da wir erst bei vier Minuten ungefähr sind, machen wir jetzt noch das zweite, also hier, die Nebenquest Memories of Piccolomon. Ja, Karin möchte, bevor wir losgehen, noch für Piximon ein Grab errichten. Ja, jetzt müssen wir los und Blumen zu sammeln für das Grab. So, dann gehen wir jetzt los und holen Blumen für das Grab. Allerdings möchte ich jetzt auch noch zeigen, wie denn dieser 8-fach-EXP-Multiplier denn jetzt im Endeffekt dann wirkt. Und zwar, sobald der Kampf vorbei ist, werdet ihr sehen, wie gut sich der auswirkt. Weil im Moment habe ich halt das Problem, dass meine Digimon, also mindestens ein Teil davon, ungefähr bei der Hälfte von dem Level ist, was sie eigentlich dann später dann brauchen. Und hier, für alle drei Level ab. Deswegen ist das für mich jetzt eine super Möglichkeit zu leveln. Wenn ich das allerdings wieder ausschalten soll, in eurer Meinung nach, dann mache ich das natürlich auch gerne. Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe das natürlich auch gerne. Ich glaube, ich habe das natürlich auch gerne. So, hier haben wir die ersten Blumen. Und wieder mal keine Sprachausgabe. So, ich glaube, das müsste das untere sein. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal wieder weiter. Und nehmen natürlich auf dem Weg alles an EXP mit, was wir kriegen können. Aber ich möchte natürlich keine von den OP-Cheats verwenden, weil dadurch das Spiel dann einfach nur noch langweilig wird. Aber einfach so einen einfachen EXP-Booster kann man ja doch sicherlich machen. Als Ausgleich dafür, dass ich nicht in den Digital Dungeon kann. Und für Patamon noch ein Level Up. Und für Patamon ist es ja sowieso wichtig, dass er später noch Level Ups hat. Aber dann kann ich mich auf das Spiel und die Story konzentrieren und muss mir nicht jedes Mal noch Gedanken über das EXP-Farmen machen. Deswegen ist das für mich eine ganz schöne Sache. So, Argomon Level Up. Und wenn ich den 32er reingemacht hätte, dann wären die jetzt schon alle bei 45 oder noch höher. Und das will ich ja nicht, weil das wäre dann einfach zu OP. Ich könnte ja auch EXP-Max aktivieren, dann sind die alle auf Level 99. Aber das macht ja auch keinen Sinn. So, bevor ich mit ihm rede, speichere ich, weil ich nicht weiß, welche der Antworten richtig ist. Nehmen wir einfach mal die obere. Okay, dann war das schon mal gut. Das bringt ja nichts, man kann es ja nicht lesen. So. Und ich finde es schön, mal die kleine Kari wieder zu spielen. So, bevor ich gegen die kämpfe. Okay, hier ist nichts. Hier ist noch Sora, mit der können wir auch noch reden. Stand speichern. Und noch ein Rank Up. Und ich habe mir mal ein bisschen so die Komplettlösung angeschaut, damit ich weiß, an welchem Zeitpunkt denn die Mega-Digitationen kommen. Und die kommen sogar noch vor Apokalimon. Das ist nice. Allerdings müssen da die Bonds zu den anderen Digi-Rädern passen, damit die Digimon digitieren. Und ich habe mir das mal angeschaut, bei meinen, bei einigen, also bei fast allen passt es nur. Zwischen zum Beispiel Tai und Joey fehlt mir noch eine, ein Bonding-Punkt. Dann fehlt mir auch noch Sora zu irgendjemandem fehlt mir auch noch einer. Das kann man ganz leicht nachschauen. Hier im Menü. Status. Hier. Und dann Bonding-Rank. So. Ach ne, Sora fehlt mir jetzt nicht mehr zu Kari, weil ich den Punkt gerade bekommen habe. Aber wenn man hier zum Beispiel auf Joey geht, man braucht nämlich mindestens 5 Punkte und bei Tai fehlt mir noch eine. Also, und bei den restlichen müsste es eigentlich passen. Also nur noch zwischen Tai und Joey fehlt mir der Punkt, den ich brauche, damit Joey dann das Mega-Level bekommen kann. Und ich freue mich schon. Als nächstes kommt nämlich das Machine-Dramon-Kapitel. Und ich freue mich schon. Und sobald die Story vorbei ist, geht es dann direkt weiter mit den Ereignissen vom ersten Film. Also das heißt, die müssen gar nicht zusätzlich gemacht werden, sondern die Story geht dann einfach weiter. Das finde ich richtig nice. Und sobald das abgeschlossen ist, kommen dann noch die Sachen mit den anderen. Haupt-Karakterien, also mit den Protagonisten. Und deswegen, das will ich auf jeden Fall... Das kann natürlich dauern, bis das vorbei ist. Deswegen, ich überlege mir vielleicht sogar, Digimon Adventure PSP zweimal die Woche zu bringen. Einfach damit wir da vorankommen und das sozusagen nach dem Projekt dann... Es direkt dann weitergehen kann mit, sobald es dann rauskommt, Digimon... Story Cyber Sleuth, Hackers Memory. Weil das würde ich dann gerne als Nachfolgeprojekt dann machen. Aber jetzt kriege ich erstmal schönen Level noch für die alle. Was ja für den späteren Spielverlauf dann trotzdem wichtig ist. So. Gehen wir erstmal nach hier oben. Ich will jetzt noch nicht gegen dich kämpfen. Ich will erstmal schauen, ob hier irgendwas ist. Nein. Dann können wir jetzt gegen dich kämpfen. Ich will jetzt mal die , was das? Ich muss mich. Gehen wir in der Treppe! Ich muss das... Ich bin in der Treppe! Ich bin in der Treppe! Ich bin in der Treppe! Ich bin in der Treppe. Ach, da ist noch eine Blume. So. Ich glaube, drei Stück brauchen wir. Ich glaube, drei Stück brauchen wir. Ich glaube, drei Stück brauchen wir. Und so muss ich mich dann auch nochmal neu kümmern. So. Eigentlich müssten wir nochmal zurück, weil da unten war sicherlich auch nochmal was. Ich glaube, da ist schon das Letzte. Ich will nochmal kurz zurück und nach unten schauen, ob da noch irgendwas war. Aber gegen dich kämpfen will ich jetzt nicht nochmal. Vielleicht auf dem Rückweg. Ja, aber die Hauptstory geht jetzt so langsam dem Ende zu. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir mal wieder zurück nach oben. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und skill panel size increase. Ja, da muss ich mich dann nochmal drum kümmern. Ach komm, nehme ich dich auch noch mit. Wird die Folge noch ein bisschen gestreckt. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und weg ist er. So. Da hat sich das ja auch schon gelohnt. Wir haben ordentlich Level-Ups bekommen. Und würde mich aber freuen, wenn ich das so weiterführen könnte. Jetzt mit dem XP-Boost. Eine kleine Schweigeminute für Piximon. Dann gehen wir mal wieder zurück. Die Leute, die Leute! Dann gehen wir mal wieder zurück. Das sind die Leute. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Ah! 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 Und Defense Boost 5. Nice. Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen. Für alle, die gefallen sind. So, aber in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben. Schreibt mir gerne wieder Sachen in die Kommentare. Vor allem das, was ich angesprochen habe. Ob ihr weiterhin Bock hättet, dass ich den XP-Booster benutze. Oder eben nicht. Einfach nur damit effektiver XP gefarmt werden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.